Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Kooperationsvideo mit der lieben X-Later. Heute zeigen wir euch unsere Abendroutinen in den Ferien. Und wir haben euch schon mal ein Frühlingsmakeup geschminkt, das verlinke ich euch einmal in der Infobox. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr bei X-Later vorbeischaut. Ihr Kanal ist auf jeden Fall in der Infobox verlinkt, genauso wie ihre Abendroutine. Und ihre Abendroutine ist auch am Ende des Videos verlinkt, also wenn ihr da einfach drauf klickt, dann gelangt ihr zu ihrem Video. Sie macht sehr schöne Videos, also guckt da doch einfach mal vorbei. Sie sieht Britney Spears total ähnlich wie ich finde und ich fände es total cool, wenn sie mal den Get The Look Tag als Britney Spears machen könnte. Ich habe das Video bei Freundinnen gefilmt, danke schön nochmal und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Ich habe das Video bei Freundinnen gefilmt. Ich habe das Video bei Freundinnen gefilmt. Ich habe das Video bei Freundinnen gefilmt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020